Oh mein Gott, Leute, wir haben zwei Nächte in einem Baumhaus übernachtet. Eine Freundin von mir meinte, Maria, ihr seid einfach wie zwei Kinder mit Money. Und ja, das stimmt. Die Dusche war einfach eine Gießkanne und die Spülung war voll das Rätsel. Eigentlich würde man ja denken, man muss da ziehen, aber man musste tatsächlich da ziehen. Draußen war so eine Rutsche angebracht als Notausgang und natürlich haben wir die nochmal ausprobiert. Ich muss sagen, es hat wirklich krass toll wehgetan, aber es war trotzdem noch angenehmer als die Rutsche bei McDonalds. Wir sind dann noch Paddelboot gefahren, also Phil hat gepaddelt, ich bin gefahren. Und dann haben wir noch so einen Reier gesehen und ich habe ihn Mariah Carey genannt.